Kabinett will Milliardenhilfen für Kohleregionen beschließen. Der Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Altmaier sieht zunächst bis zu 14 Mrd. Euro für die Braunkohlereviere in Ost- und Westdeutschland vor. Insgesamt sollen spätestens zum Kohleausstieg 2038 gut 40 Mrd. an Bundesmitteln fließen. Regierungsbildung in Italien. Die Arbeit trage Früchte, sagte der Vorsitzende der Sozialdemokraten nach einem Treffen mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Umstritten bleibt, ob der bisherige Ministerpräsident Konte erneut Regierungschef werden soll. Präsident Mattarella will heute entscheiden, ob es eine neue Koalition oder Neuwahlen gibt. Abschluss der UN-Artenschutzkonferenz in Genf. Die Delegierten beschlossen u.a. Exportbeschränkungen für wildgefangene afrikanische Elefanten. 18 bedrohte Hai- und Rochenarten, deren Flossen v.a. in Asien begehrt sind, wurden unter Schutz gestellt. Neu ist auch der Schutzstatus für Giraffen. Ihr Bestand ging seit den 1990er-Jahren um 40% zurück. Streit über Berliner Überlegungen für einen Mietendeckel. Angedacht ist, die Mieten auf maximal 8 Euro pro Quadratmeter zu begrenzen. Unterstützung kam von der Linksfraktion im Bundestag. Bundesbauminister Seehofer und die Union lehnen die Idee ab. Die FDP erweckt eine Verfassungsklage gegen ein mögliches Gesetz. Start der internationalen Filmfestspiele in Venedig. Bis zum 7. September gehört der Lido den Stars und ihrem Publikum. 21 Spielfilme bewerben sich um den Hauptpreis den Goldenen Löwen. Dazu gibt es Kurz- und Dokumentarfilme, die Reihe Horizonte und eine Kritikerauswahl von Regie-Debutanten. Der Eröffnungsfilm La Verité kommt aus Frankreich. Das Wetter. Heute neben Quellwolken viel Sonnenschein und am Vormittag meist trocken. Später örtlich wieder kräftige Gewitter bis hin zu Unwettern. 26 bis 35 Grad.